Ich bin Künstler aus Berlin und heute gucke ich erstmal nach links und dann nach rechts. Ich habe mir das Leben natürlich erstmal wieder schön selber schwer gemacht, indem ich mir ein Motiv ausgesucht habe, was mich wieder fast zur Schmerzgrenze getrieben hat. Am Anfang war ich noch guter Ding und dachte, meine größte Herausforderung wird die Unschärfe in dem Bild werden, weswegen ich direkt damit begonnen habe. Dann kam aber der Denkfehler ins Spiel und zwar dachte ich mir, wenn ich Tropfen male und die etwas größer mache, dann wird es einfacher, die zu malen. Das hat allerdings nur dazu geführt, dass die Tropfen viel detaillierter sind, als wenn sie halt einfach klein wären. Und ich dadurch viel länger daran gesessen habe, als es eigentlich notwendig war. In so einem Zeitraffer-Video erkennt man gar nicht, wie viel Aufwand das ist, deswegen hier mal 4 Sekunden Original-Tempo. Eigentlich war geplant, an einem Nachmittag damit fertig zu werden, aber im Endeffekt habe ich nur zwei Tage daran gesessen. Ich finde, das Bild wirkt erst mit so ein bisschen Abstand richtig gut, im Gegensatz zu dir, denn du bist auch von nah dran wunderschön.